Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Noch eine? Ne, noch nicht. Hier ist nur... Das ist gut, dann nehmen wir mal. Auch wir haben momentan viele Einheit machen können, aber... Kleine Gruppe. Die sind alle, aber ist ja kein Thema. So, wir können jetzt hier ein bisschen vertümmen. Hier werden wir mal ein paar Türmen hinstellen. Zwei sollten reichen. Der ist ja gleich so in der Nähe hier. Ist ja gut. Kann er gleich hier ein Ding jetzt aufbauen. So, okay. Wir kommen ja voran her. Na gut, kommt auch nicht mehr so viel. Für alle hier, also Geld für alle, ich weiß dir. Gut, dann können die ja... Ja, wieso kann ich die nicht anwählen? Dann können die im Grunde hier hin. Können ich hier schon mal nicht da hin geben? So, wo... 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 wo man jetzt hin wollte? Das Geräte ist fertig. Das Geräte ist fertig. No. So. Ja, komm immer an der Seemstelle raus. Sie greifen uns an. Naja. So. So. Ich habe sie mit mir gesehen, da. Ja. Da ist der Nächste, den wir gleich mal unter Kontrolle bringen. Okay. Dann müssen wir hier bei ihnen aufpassen. Die kommen wirklich von überall her. Hier direkt aufgetaucht. Das ist gar nicht so leicht, ja. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht überrascht wird. Das ist richtig übel. So. Was macht der denn hier? So sei ich fertig, ne? Okay. Aber ich denke mal, wir haben das trotzdem relativ gut unter Kontrolle. Die Untergrund. Hoffe ich zumindest. So. Viel Spaß dabei. So. Können wir gleich weitermachen mit Gold. Und Holz. Ja gut, Holz haben wir noch ein bisschen. Mal weiter gucken. Was haben wir hier? So. Ganz gleich. Ich würde mich... ... den Turm wieder bauen hier. Einfach hier hinstellen. Reicht eigentlich schon. Bisher hat zumindest gereicht. Die hatten nie genügend Zeit, um da entsprechend was zu machen. Ah. Ahja. Hier geht es also raus. Hier ist es auf der anderen Seite. Hätte man eigentlich auch so machen können. Einfach hier hin klicken, wenn ihr euch hinkommen wollt. Wahrscheinlich. Aber wir wollen noch gleich unten hoch. Wir wollen erstmal noch rum gucken. Da kommt er ja. Oh. Zeitlose. So. Ja, ich glaube ich nehm da... Ich glaube ich wollen auch noch einen dritten hin. Merke schon, da reicht mir gar nicht. Ah ja. Aber sollten wir vielleicht auch noch ein Tömmchen hinbauen. Hier werden wir jetzt immer überrannt ansonsten. Gleich hier in einem bisschen. Ah hier, ich sehe es schon, da haben sie noch einen hingebaut. Deswegen kann ich da jetzt hin wahrscheinlich. So. Deswegen kann ich wahrscheinlich hin. So, komm her, wo seid ihr? Sie greifen uns an. Sind nach unten abge- ach, die fahren auch nach rechts ab, naja. Verstehst du schon? So. So. So, ja. Also, da sind alle erwischt hier. Ja. 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 damit sie eine böse Erraschung erleben, wenn sie hier auftauchen. So, wenn sie dann noch nicht Wanners auftauchen, werden wir entsprechend sehen. Sonst haben wir eigentlich alle so eine Kontrolle, wie es aussieht. Ich komme nicht mehr so gut hier rein, aber mittlerweile gut abgesichert. Ja, da werden wir entsprechend ein... Ja, da werden wir entsprechend ein paar Zulässer gebrauchen müssen. Ich werde da jetzt eine üble Überraschung erleben. Ich weiß, boah, guck du das mal an. Ey, was hat der denn da vor? Ich weiß es nicht. So, werden das auf jeden Fall komplett absichern hier. Diese ganze Stellung hier, die werden da übel ins Kreuzfeier geraten, wenn die hier runterkommen. Ähm, ja, ist jetzt halt so, ne? Die, die in der Meinung sind, hier ab und zu mal aufzutauchen, dann haben sie jetzt ein paar Probleme. Würde ich meinen. So, weil da kommen jetzt ein paar Tümmel raus. Ja, schönes Begrüßungskomitee, da dachte ich nur... Ja, wir müssen doch ja mal nach oben kommen. So. Das ist eigentlich ziemlich übel jetzt. Die werden da nicht mehr für den... So. Da noch mal ein paar. So. Ja. Das wird richtig übel für die Enten. Die wissen gar nicht, wohin sie da machen und dahin angreifen sollen. Ja, klappt leider nicht überall, leider. Ist ein bisschen eingeschränkt hinten. Ist ja leider so, aber... Naja, besser als nix. So. Holz ist alle. Naja. Oh, kein Holz mehr hier. Na doch, ein bisschen ist er noch. Keine Sorge. So. Die werden da wohl, aber ich denke ich mal... ...nicht mehr sehr gerne runterkommen hier, wenn das alles fertig ist. Viel Spaß. Sag ich dazu nur. So macht unsere Gruppe. Ein paar Leute sind wieder tot, aber wir haben hier ein bisschen nachgerüstet. So, wir können ja mal wieder da hin. Ja, das ist jetzt schön. Das werden die nicht gerne mögen. Das werden die nicht gerne mögen. Das werden die nicht gerne mögen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, wir haben ja noch ne dritte Gruppe hier mittlerweile. Ja, ne dritte Gruppe aber auch schon. Das ist gut. Kommt auch da runter. So. Das Geräude ist fertig. So. Das Geräude ist fertig. So. Ja, ich denke mal hier kommt kaum noch einer rein, vermute ich. Ähm, die werden das nicht sonderlich, die werden das nicht sonderlich mögen hier. Wenn die hier runterkommen, gibt's ne üble Geschichte. So. Ähm, da werden noch ein paar zusätzliche Gruppen da positionieren. Das ist ne komplette Fure. So, was machen die hier? Drei komplette Gruppen haben wir mittlerweile. Das ist trotzdem ziemlich übel. Wollen wir mal ruhig sagen, das lief nicht sonderlich gut. So. Wir werden noch ein paar von denen abbauen. Ja gut, es hat trotzdem gereicht eigentlich. Um da zu halten. So. Wollen wir da erstmal hoch. Mal gucken, wo wir da hinten. So. Okay. Machen wir mal rein. Uhuhuhu. Oder raus. Wie man sehen möchte. So. Haha. Okay. Aber jetzt mach ich auch mal ab an dieser Stelle. Weil wir da doch ganz ordentlich was geschafft haben. Uns zumindest auch zu sichern. Ähm. Die werden dann da hinkommen. Ich... Ja hier wieder ein paar Experten. Ja, wenn die der Meinung sind. Die glauben immer, machen immer an der selben Stelle. Das ist für die eher schlechter als recht, würde ich sagen. Ja. Und kaputt. Das hat sich ja richtig nicht gelohnt. Ähm. Ja. Würde ich fast so meinen. So. Was ist denn hier? Hier ist eine fette Basis. Aber wir sollen doch da hin, ne? Wir sollen hier irgendwas erreichen. Ähm. Ja. Gut. Machen wir das mal, ne? Wir gehen am besten mal da hin. Und dann. Mir ein paar Leute. Oh. Wie f... Das war die Luftverteidigung. Da ist sie. Die erste Luftverteidigung. Aber die hat da keine Angst. Das waren die Luftpatroulien. Da sind sie ja. So. So. Okay. Und jetzt los. Sendet sofort einen Boten zum Rat der Magier. Sie müssen von dieser Bedrohung erfahren. Wir müssen Stellung halten bis Noran Verstärkung schickt. Ja. Viel Spaß. Erfolge. Und viel Erfolg. Ja. Die werden auch mal... Leider bleibt es nicht unentdeckt was wir hier machen. Na ja. Gut. Es könnte das. Was. So. Das denn her. So. Hier noch. Noch so ne. Schmiede. Ja. Ziemlich optimistisch. Ähm. Dann machen unsere Einheiten hier. Können in weitere Gruppe. Wir sind hier um diesen Aug zurückzufangen. Äh. Damit ist ja auch lange ab an hier. Unsere Verteidigungsgruppe. Okay. Haben wir hier noch. Ja. Ein paar Verluste. Wir litten. Ein paar auch verletzt. Aber müssen wir jetzt damit trotzdem ins Recht kommen. Äh. Gehen wir nach oben. Ach da. Was ist das denn hier? Versteh ich schon. Da scheint es die Menge von den Türmen zu geben. So. Ach ja. Einmal komplett drauf. Und zurück. Weiter weg. Da ist die Verteidigung nie etwas zu schwach drauf merk ich. Das heißt sie müssen da hinten noch ein paar zusätzliche Türme bauen. Sonst wird das ihnen nichts hier. So. So. Ja. Es sollte aber eigentlich trotzdem reichen. Ähm. Da was zu machen. So. Warte geht's. Mit unserem Vernichtungsfeldzug. Sie greifen uns an. Okay. Was ist denn hier los? Verstärkung aus der Hauptstadt nähert sich. So. Ah ja. Alle drauf. Alle drauf da. So. Okay. Ah das ist das denn hier. So. Okay. Ah das ist das denn hier. So. Und den auch noch. So. Und den noch. Ah. Da hast du die Störungsaufzugs. Ach ja. Festi. Wir können hier nach oben. Ich weiß die. Wir können hier nach oben. Vordringen. Ich erwarte eure Magie. Was wollt ihr von. Machen wir es mal. Sind wir mit Lechtruppen oben. So. So. Wir werden siegen. Okay. Haben wir alles oben. Keran muss noch oben so. 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 Was ich will das einmal. Was ich Keran nicht hochbringen muss. Ach. Die werden sie immer auf der selben Stelle probieren. Das ist ja echt durchschaubar. Was die machen. Das ist ja. So. Wo auch noch. Sie greifen uns an. Kein Thema. Wenn man ehrlich ist. Ah. Was ist das denn hier. So. 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 Ok. Hach. Rest. Undだから ja sehn her. Ist ja. Sie greifen uns an. Sie greifen uns an. Sie greifen uns an. Trotzdem aufgehör lados. So zu kehren sie oben. Ja. Was wart's. Aber es ist hoffnusslos, bald schon wird sich Dunkelheit über die Erde legen. Mehr oder anderen vor ihm wird auch Nora anfallen. Sammelt alle Überlebenden vom Schlachtfeld ein, die Seelenfalle hundert nach Nahrung. Okay, jetzt war es dann wohl mit dieser Miss Junior, lief ja auch mit diesem Überraschungsangriff am Ende, aber wir hatten schon Kiran am Aufzug. Jetzt da oben und die Mission ist vorbei. Ich musste zum Glück keine Basis-Test hören, aber so oben war offenbar noch viel los. Hab's geschafft. Wir hatten die Mission 56 Minuten. Ja, aber haben wir gut hingekriegt, würde ich sagen. Globenhändler, ja, drei Gruppen hier gab's hier, die haben wir alle überrannt. Statistik für Statistik, Freunde, wir haben 301 Vereinheit vernichtet, aber 305 haben die verloren. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie das uns dann kommt, haben wir auf jeden Fall ordentlich auch verloren. Naja, egal, wir haben trotzdem geserft. Ja, wie gesagt, auf alles für Statistik, Freunde. Und daher war's das mit dieser Episode. Ich hoffe, ihr habt euch Spaß daran, daher denkt mal das Feedback. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ну was geht's ab. Dann schießt doch!